Der Frank Walter, der hat es schön in seinem Häuschen da hinten. Kloss Bellevue. Hier ist übrigens ja noch nie in Berlin, war alles recht nah beieinander. Da ist die Siegelsäule, in der Richtung ist der Reichstag und das Brandenburger Tor und es ist sehr grün, weil hier der Tiergarten ist. Angenehm zum Radl fahren, auch fußläufig alles gut zu erreichen. Berlin muss man gesehen haben. Aber so wie es aussieht, ist der Frank nicht zu Hause. Er hat gerade nicht aufgemacht, als wir klingelt haben.